Julia hat ihre Schwächen. Und die habe ich ihr auch deutlich gezeigt. Du solltest ihr nicht dabei helfen, ihre Fehler zu korrigieren. Du solltest ihre Arbeit boykottieren. Als ich zurückkam, war das Kapitel Daniel Gravenberg abgeschlossen. Eingesperrt in dem Schatzkästchen für schöne Erinnerungen? Ich weiß genau, wann ich aufhören muss. Sie ist spielsüchtig. Soll ich zusehen, wie sie? Wenn sie keine Nerven haben, dann schauen sie weg. Manchmal frage ich mich, auf welcher Seite du überhaupt stehst, Mutter. Kulbac, Kulbac, Kulbac.